Die Niederländische Niederlande Die Niederländische Europameisterin Desiree van Lunteren verpflichtet. Die 25-Jährige kommt von Ajax Amsterdam in den Breisgau. Desiree ist flexibel einsetzbar und bringt eine enorme Physis ein, die unserem Spiel gut tun wird, sagte SC-Trainer Jens Scheuer über die 59-malige Nationalspielerin. Zur Wittragsdauer machte der Verein keine Angabe. Van Lunteren gewann 2010 mit AZ Alkmaar die Niederländische Meisterschaft und wechselte 2012 zu Ajax. Im Februar 2013 erzielte sie das Tor des Monats in den Niederlanden.